Wer ist da? Ich bin's, meine Freunde! Dann lebst du wirklich? Siehst du, siehst doch so aus, aber ich seh es! Hast du deine Freunde wieder? Erzähl dich unsere Freunde! Hallo Allianne, wie geht's dir zu? Was sagt sie denn da sehr? Ah, was rede ich eigentlich? Ich werde mal sehen, wie bei dir kommt! Obwohl ich bedenke, dass ihr nicht sehr weit kommen werdet! Ich werde warten! Oh Gott, so viel fucking... Du musst es dir dann auch noch mal anschauen! Was? Wenn es rauskommt, ich schaue es mir natürlich auch an, auch wenn wir es gerade aufnehmen. Das Let's Play, du musst es auch anschauen, allein wegen den Soundeffekten. Du Stück Scheiße, wir werden kommen, um dich zu töten! Das machen wir! Ja gut, dann ist das jetzt die Hölle anscheinend, oder? Ich habe keine Ahnung! Aber hieß es nicht Süd... Ah ja, es hieß Südosten. Bei dem Spalte oder sowas. Vielleicht sollte das ein Spalt darstellen. Oh Gott! Schon wieder ein Brief... Oh, sorry! Schon wieder ein Briefchen, süß! Lies mal vor! Wer oder was ist Benoron? Was soll das denn für eine neuf Tage sein? Hm, was ist das denn? Wer oder was ist Benoron? Oh Gott! Äh, das ist ein Scherz! Ist das jetzt falsch oder wie? Oh, eingreifen! Komm herz im Ohr! Okay! Ja, die werden bestimmt schwer! Mhm! Mhm! Oh! Wir halten... Bist du mir auch? Ja... Ja, vorbei! Nee, das stimmt. Da waren ja im... Letz... Nee... Ach, keine Ahnung! Hm... Ich weiß nicht, was schwer sein soll und was nicht. Der widerliche... Boah! Ich hab's jetzt nicht vorgelesen! Ja, ich hab's gesehen! Ja! Oh boy! Also, ey... Immerhin... Konsistenz! Ja... Ich hoffe, man hört jetzt bei mir nicht, wie die Wände geschlagen wird! Keine Sorge, der Ton ist dafür viel zu laut! Ja, ist gut! Aber vielleicht hält der aus! Verrecken! Ich fand er keinen Halt, ey! Wie viel gibt der jetzt? Ja, das ist schön viel, ja? Ja, das war der erste Gegner, den wir bekämpft haben! Das ist richtig! Also, er ist kein Scherz! Fuck! Junge! Was bist du denn? Bist du ne Yu-Gi-Oh!-Karte oder was? So sieht der aus ohne Scheiß! Der sieht der aus... Der kommt wahrscheinlich aus dem gleichen Spiel wie Mr... Jojo... Nicht Jojo... Si-Jolo... Oder wie der hier ist! Siiii! Jo-Chao! Es wird auf jeden Fall nicht, wie die normale Gegner an ist! Was ist das? Ehhh... 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 Ja... Das ist wirklich nur... Hey, jetzt... Du hast schon so viele Ideen zu gemacht... Jetzt... Ja... Jetzt lag meine ich! Mhmm... Kann ich verstehen... Aaaaah... Ich glaub... Weil... Ich glaub, das lohnt sich nicht wirklich zu kämpfen... Ja... Stufe ab hier! Ich hab schon recht viel XP! Goddammit! Keine Ahnung... Medikament... Moment... Okay, 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 okay... Jo, wir haben es richtig! Diese Frage war äußerlich schwer nach meiner Meinung nach! Nein, eigentlich nicht! Komm, gehen wir weiter! Ich will diese Fisch... Da ist es... Töten! So viel! Benodon! Es existiert kein Medikament namens... Benodon, aber es existiert eins namens... Benodon! Okay! Und das sind Zäpfchen! Finde vier Schalter... Zäpfchen? Oh! Ohohohoho! Gott... Damn, hier sind wirklich noch überall Gegner! Jetzt müssen wir hier vier Schalter finden... Ja, wie meinten wissen wir es abgestarkt... Aujeh... Ohja, wieder coole Level... So... Wir können nicht fliehen... Wir können nicht fliehen! Fliehen ist keine Option... Cool... Ehhhhhhhhhhhhij Ich will unterulden im Nachbarsgarten einen Schalter der vier. nur noch drei weitere vermuten sie Ich dachte mein, unser Ring muss uns doch Mana geben Wahrscheinlich funktioniert der nicht Das kann ich mir gut vorstellen. Oder nur weil wir wirklich komplett null haben. Oh, das Herzchen. Yay. Ich will auch Herzchen haben. Oh, 100 Schaden, Junge. So hält ja schon viel aus. Vielleicht hat der Magie-Dessistenz oder so eine Scheiße. Also wir machen ja Schaden, aber ich meine, er hat vier Leben. Ach so. Ich speichere einfach mal. Die Gegner sind dunter und düber. Schaden aktiviert, nur noch zwei weiter. Ja, was sind die zu weit? Oh, Gegner trafen an, die nicht geklaut wurden. Ich liebe dieses Spiel. Ich weiß, solange ich jetzt nicht spielen muss, das ist cool. Ach so. Ich bin froh, dass ich nur zuschauen kann, tatsächlich. Äh, ja. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Skate. Ich habe Nasenbluten, das finde ich Kot. Echt? Na, ich will nur ein bisschen von viel. Ich habe jetzt die vier Schalter gefunden und gemacht, aber geklickt, aber irgendwie passiert nichts. das ist doch wahrscheinlich irgendwo oben rechts vielleicht mal gucken wieviel encounter bis dahin ich wollte gerade noch was schauen beim laufen ist ein komischer punkt ja nicht wahrscheinlich das sind zumindest auch komische punkte wenn der angst ja ja man hat gerade ein was war das war nur ein elf lang kein grund zur sorge ich sorge mich nicht ich hasse das heißt stärker die hier sind so schwach ich glaube glaube ich schon dass du noch schwächer bist ja das bild falsch geändert also was doch ich hasse dich das höre ich gerne spaß beiseite ich habe mir ein spielchen überlegt ihr dürft jetzt nach einem weg suchen nämlich am abgrund der hölle wenn ihr dann tatsächlich so schwach seid dann werdet ihr es nicht überleben ich wünsche viel spaß machte spaß ich habe das gefühl dass wir zwei charaktere zum kämpfen weniger haben ich habe schon wieder so schreien gemacht oh nein es sind schon zwei davon was werde ich nur tun eine gute erfahrung stufe 27 weißt du was da sind hinter mich wieder ein bisschen ja und er war auch extrem lang nervig mit laufen irgendwie irgendwie erkenne ich einen ich kann euch helfen geht zum einbauen bei bei er halt euch spielstand speichern ich so aber danke was macht man schade das wäre super gewesen ich kann hier nicht ich war da wäre es so toll gewesen wenn die anderen zwei jetzt natürlich die party geben um kippe auf dunkel elf dass keine chance gegen uns ist das der wer davon ist das der oben oder ist das der in unserer party sieht man wer angekommen ist kommt doch herren will ich gucken bist du zu mir ich glaubt strax ist ein charakter den wir irgendwann vorher mal hätten kennenlernen sollen willkommen ich trage es nicht so aus dem ersten spiel ich weiß gar nicht könnt ihr niemand die beleidigungserlass wir wollen doch niemand beleidigen wenn du das sagst übrigens star wars musik im hintergrund was macht ihr denn hier wie habt ihr es geschafft von der festung herauszukommen unser könig nützpersönlich hat uns befreit ja gut das hätten wir vielleicht machen sollen ja oh hallo mein lord wie geht es euch schnägt wegen diesen verdammten elf heute bedut ist sowas von unerfahren und unintelligent weg mein lord es werden wir als beleidigungen gehen also sowas mit deinem dir zu machen wir werden euch in den klusen dieses die letzte schlacht die die elfen machen werden Du und die paar Elfchen mal zählen Eins Zwei Fünf Sechs Neun Zwölf Er hat richtig gezählt Zwölf plus du Das macht Dreizig Ein Elf Zwei Elfen Denkst du du schaffst das Gegen den stärksten Magier auf der Welt Und dazu noch meine Frau Und zu den meisten Männer sind schon gestorben Wegen diesen verfluchten Magier Ich dachte der kämpft jetzt mit ihnen Ja also war jetzt nicht gegen uns zu wenden Denn dann wirst du eiskalt vernichtet und gefoltert Edwin mach sowas nicht wir brauchen ihn Wenn du ihn tötest werde ich dich auch tötet Und dann wird er getötet Und dann wird sein töter Mann getötet Du Mendenheit verhandelt dich nicht mehr stärker als Du Du wirst für mich kein Gegner sein für den Dunkel Erwärter auch richtig nicht Man wäre bis jetzt auch nicht gebraucht Ja Echt lustig dieses Gespräch Wir werden mich mal hinsetzen Ja stimmt aber tötet ihn nicht Wir können auch ihn gebrauchen Ich bin so ein Verlust Tötet ihn nicht Jetzt wird's interessant Das ist fast jung Entschuldigung mein Gott Selfia Was ist was Mach deine hässliche Bitte Und nicht was du willst Die Ehrt mich wenigstens Oh shit Mein Gott was gedenkt ihr zu tun Was werdet ihr jetzt machen Achtung unser Moment kommt Ist mir entspannend Oh ich darf speichern Oh shit Äh Oh Ich würde sagen am Leben lassen In der Hoffnung Dass es uns was bringt Ja Das ist scheiße geil Am Leben lassen Danke mein Gott Was Ihr habt ja mal Spaß aus Ich töte ihn dann Sieh da was ich halte Tötet alle Oder warte Ich mache es Gott die scheiße Auteffekte Stimmt Töten Werde ich was lustigeres erleben Boah Dank mir das so ist Der tag bleibt mir sehr an Komm Alia Jetzt wird's sparsig Oh ja Ich Lommere Selfia komm Wir gehen ihn Kann man nicht mehr aufhalten Er macht deine großen Fehler Ja Ja komm mein Schatz Oh man Okay Ich glaube wir brauchen Zeit für ein Du Du Duell Hä ich dachte wir kämpfen Gegen den Anderen König Edwin Heute will man herrschen Auf dem an dieses Landes Enden Dann gehört's bei mir Aber auch egal Zu gut Warte Mann Storn Ihr werdet jetzt sterben Mit wem fangen Mit wenn fangen wir an Töten wir die Sex unter uns Edwin Dann anderen Gute Idee Pass auf Mann Storn Sterbt jetzt alle Lohnen zu dir Starks Mann Okay Werteid Starks Hoher Elf Oder Soll ich sagen Nichts nütziger Kann doch nicht mal Sein Elfchen schützen Will schützen Wer wollte das So mal los Alja komm Das wird gefährlich Tschüss Bye bye Ah ne okay Ich werde keine Gnade zeigen Edwin Nun komm her Ich hab eigentliches Würstchen Würstchen Komm Würstchen Okay Ich hasse euch Das würde ich gerne Ich hab ein Déjà-vu Ja ich auch Daneben Erst bin ich Was hab ich dir gesagt Ich dulde keine Überhellen Und jetzt stirb Bitte Nein Verzeih mir mein Wort Du E T T Ey Nein Und jetzt sterbe Oh Gott Sonne Kann jetzt einfach Tod sein Bitte Nein Doch Wow Edwin Das war eine gute Entscheidung Hallo Edwin Ich muss dir danken Du hast ihn für mich erledigt Denn brauchte ich meine Energie für ihn zu verschwenden Du Elender Ich hasse dich Ich hasse dich Naja Edwin Ich hatte euch auch Nicht dass ich ernst Vor euch habe Es ist nur dass ihr wieder da seid Ich hatte gehofft dass ihr sterben werdet Schon bei meinen ersten Dienern Ich habe euch unterschätzt Ja der ersten habe ich nicht gesehen Und wie ich sehe ist der hermliche Farodin Keine Anführung mehr Das freut mich Und nun zu euch meine Lieben Ich verlange von euch Dass ihr von meinem Land verschwindet Dein Land Das ist MEIN Land Ich vernichte euch Oh Oh Gott Auf zu wackeln Spiel Oh Soundeffekte Oh Ich weiß jetzt werden sie ungebrochen Ja Mönchchen Jetzt wirst du sterben Juberton Na komm schon Oh Nein Ich verfluche euch Das ist Das ist dein Versuch Oh Ey Das sah Okay Das sah mal anders aus Au 500 Schaden Nein Vielleicht ist das Er gewollt Ich hoffe es Bitte kein Fuck Nein Wir haben ein Problem Wir haben ein Problem Weißt du wo es gespeichert hat Ja Ähm Ähm Was ist das? Let's go. Hm. Vielleicht wird er nicht am Teufel sein. Ah. Also. Outro. Ich sollte schon, wie wir das jetzt machen. Oh. Oh boy. Ja. Das war diese Folge. Oh. Schlimm, oder? Richtig schlimm. Naja. Wir kriegen das schon hin. Mit einer Menge mehr Arbeit. Aber hey. Ist egal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, euch wird auch die nächste Folge gefallen. Ich beende es jetzt hier mal und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.